Wenn ihr ganz leise seid, könnt ihr den Wald weinen hören. Der Krieg lässt wenig Auswahl für Feinde oder Verbündete. So fängt es an. Hier sieht man schon die Belagerungstürme und Katapulte. Und der erste Part hier hat das schon ein kleines bisschen in sich, weil hier doch einiges an Mobs von diesen Rotkappen rumläuft. Und wenn man nicht aufpasst, pullt man die alle gleichzeitig. Und das sind schon nicht wenige. Hier hat man vier, da hinten hat man nochmal drei oder vier, hier hat man vier und da patrouillieren auch nochmal vier herum. Das sind also recht viele und wenn die alle auf einmal auf einen feuern, dann ist die Health Bar ganz, ganz schnell unten. Von daher werde ich versuchen, wir warten jetzt die Patrouille ab, die ist weg und dann werden wir versuchen mal, die hier zu pullen als erste. So, Bissa, geh nicht hin, komm zurück. Ja, macht er natürlich nicht. So, das hat schon mal funktioniert. Jetzt holen wir uns den nächsten. So, ein Mob ist geschafft. So, jetzt schnappen wir uns die hier. So, und die Restlichten müssten wir so hinkriegen. So, jetzt, sagst du mir einfach experiencia. Und du bleibst das. Okay, jetztAD Все. Oh, alles voll? Bin ich so voll? Ach, wie ein ganzes Ton hier. Was macht man dann? Man verbredet ein paar Sachen. So, weg damit. So, das hier müssen wir verbrennen, richtig? Und weg hier. Zack. So. Der erste Turm wäre geschafft. Da kommt dann die nächste. Blutmann. Und da flog das Dach weg. Was wollen die immer mit meinen Eingeweihen? So, hier zuerst, meine Freunde. So, Sturmschamane. Ich komme. Kommt der denn hier plötzlich? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Heiltränke, boah, nehme ich mit. Äh, da ist lang. Ähm, was ist das denn? Rabatt auf beliebigen Spezialgefährten. Na, brauche ich im Moment nicht. Entsorgte. Guten Abend. Ähm, noch mehr. Ah, wie viele Wellen kommen denn jetzt hier? Ah, die kommen auch noch. Oh, au, was ist denn das denn? Kommt nie, ja, meine Freunde, kommt nie. So, Katapult auch kaputt machen, so, zack. Rums. Da macht es Rums. Und da, und da habt ihr. Ja, wohlbekommst. Ja, noch mehr. Wie ich sie liebe. Äh, ja, noch mehr. Ja, noch mehr. Ja, auch. Oh, jetzt hätte ich das gerade am Pult kaputt machen. Wieso soll ich noch da gehen? Okay. Passt doch irgendwas gerade nicht. Hab ich hier was vergessen? Hab ich da was vergessen? Ja, den Turm kaputt machen hab ich vergessen. Meine Fresse. Was bleibt denn jetzt noch? Jetzt muss ich noch ein Katapult kaputt machen. Und da ist es. Das letzte Katapult. Ja, sie hämmern, hämmern. Oh, zack. Ein Welker weniger auf der Welt. Ah. Ah. Kommen die denn jetzt nochmal hin? Ich hab jetzt noch zwei und fertig ist die Riesenseele. Oh, hier sind noch Thronen. Ich bin zwar voll, aber das kann man ja schnell ändern, ne? Ja. Ja. Geh auf. Schwach ist mal der Potenz. Äh, ja. Danke. In der Tafersche noch belegt. Äh. Äh, ja. Weg damit hier. Das ist quasi nein. Weg mit der. Und weg mit der. Zeit ist ja nicht. Alles. Wenig zu verbreiten. Toll. Entsorg'n, bitte. Und noch n'Tour war da richtig. So. Was hast du denn für uns? Ja. Periodit?! Joa. Mhm. Okay. Das ist schwer. Veredeln. Rein damit und rein damit. Wollen wir mal schauen, was die jetzt alle zu sagen haben. So, ruhig und bestimmt. Diese Rotkappen sind ein paar widerliche und gewaltbereite Kerle. Zum Glück sind Portalhunde recht zähe Tierchen. Das habt ihr gut gemacht. Die reden gegen die, als wäre echt ein Hund. Was hast du gut gemacht hier? Hast du ein Leckerli? Hast du dir verdient? Bis später. Das habt ihr gut gemacht. Ja, ja. Groß, böse und hässlich. Ihr habt großes geleistet, Abenteurer. Mögen die Götter eure guten Taten anerkennen. Ja, dankeschön. X-Treiber. Dies ist bestimmt ein Rückschlag für Saladanes Kriegspläne. Die Dunkelfeen sind schon gefährlich genug, ohne dass dieser Verräter ihnen beibringt, wie man Belagerungsmaschinen baut. Ja. Böser Verräter. Der mondlose Ritter. Saladane. Es ist an der Zeit, dass Malabox schwarzer Ritter seine Grenzen kennenlernt. Gut, mir wird schlecht, wenn ich daran denke, dass ich den Kerl mal als Freund... Nehme ich natürlich an, aber... Die werden wir jetzt natürlich nicht zeigen, denn die ist schon mal gemacht worden. Ich werde sie jetzt einfach nur machen, um... Ja, vielleicht kriege ich ja noch mal einen Hund oder so, ne? Also einen Führerhund. Wenn ihr ganz leise seid, könnt ihr den Wald weinen um. Ich wünschte, ich könnte Saladane höchstpersönlich in die Höllen herunterkommen. Heute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis bald, bis zum nächsten Mal.